Ja, ich werde jetzt die komplette TNT-Schicht einfach wegsprengen. Runter, 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 runter. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von Captive Minecraft. Das Geile ist allerdings, unter uns befinden sich ca. 100 Schichten. Und einige davon sind OP. Allerdings, also, ich sehe die noch nicht ganz. Aber das sollte ja kein Problem sein. Wir haben ja so ein kleines Starterhaus. Aber das Erste, was wir machen sollten, ist einfach runtergraben. So, warte mal, ich hole mir jetzt hier erstmal gleich was zu essen. Ich will unbedingt zu den OP-Schichten. Ich weiß auch nicht, ob sich die Welt hier noch ein bisschen erweitert. Weil wir sind hier wieder in so einem kleinen Gefängnis. Da sehe ich ein bisschen Eisen, Kohle. Dann lass auf jeden Fall mal da runter. So, aber nicht mit leeren Marken. Ja, nochmal Brot. Danke. Ist hier eine Truhe oder sowas? Ich sehe auf jeden Fall Bücher. Hier ist ein Computer. Ah, guck mal an. Pilzkuh. Oh, mit einem Axelotl. Aber das brauchen wir ja. Okay, wir könnten die Bäume anpflanzen. Aber ich sage euch, wie es ist. Das ist doch nicht mein Haus hier. Ich nehme das Haus auseinander. Oh, guck mal, was sich dahinter versteckt. Weil dann schnappen wir uns direkt die Spitzhacke. Danach schnappen wir uns das Eisen. Ach stimmt, das ist ja wieder dann auch nur eine Lage. Und hier ist Wasser. So, ich schnappe mir hier allerdings ein bisschen was. Obwohl, nee, das brauche ich gar nicht. Wir schnappen uns nämlich jetzt nur einmal die Steinspitzhacke. Und dann können wir das direkt schon austauschen. Wir gehen wieder runter. Dann haben wir nämlich gleich einmal Kohle. Ich würde aber tatsächlich, weil es einfach zukünftig mega nervig wäre. Ich mache das Wasser hier mal komplett weg. So, und hier reicht das. Ja, als wenn es abgezählt wäre. So, dann haben wir hier das Wasser nämlich weg. Das würde uns nur auf den Keks gehen. Oh, ein bisschen Kies. Ah, guck mal, da kommt die Kohle. Nein! Oh Mann! Ja, mach das Kies. Danke. So, aber dann können wir nämlich hier. Na, jetzt fällt der Kies da runter. So, ich habe alles unter Kontrolle. So, dann einmal bitte Fuggles. Weil sonst sehen wir alle hier mal so gar nichts. Und da habe ich keinen Bock drauf hier. Gar nichts. Nee, jetzt fällt auch wieder runter. Okay, Trick 17. Müssen wir irgendwie so machen. So, ja, hier ist doch das Eisen. Das ist das Längere. Das brauchen wir. Da werden wir uns auf jeden Fall deutlich mehr mitnehmen als von den ganzen anderen Sachen. Weil ich will auf jeden Fall direkt Full Iron. Obwohl, da müssen doch gleich auch Dias und so weiter kommen. Ich weiß nicht, ob Lucky Blöcke am Start sind. Aber wir sind jetzt schon ein paar, fünf Layers haben wir schon geschafft. Und ich will auf jeden Fall nach ganz unten. Ich weiß auch gar nicht, was ganz unten am Start ist. So, ich mache mal kurz hier ein bisschen Licht. Dann können wir eigentlich auch hier den Ofen anmachen. Ähm, nee, da fällt nichts runter. Das ist geil. Weil dann lassen wir uns doch jetzt schon mal. Genau, wir können uns nämlich hier einmal eine Werkbank machen. Dann einmal Ofen. Der kommt direkt daneben. Kohle und Eisen. Gut, da haben wir auch sogar schon 13. Ich brauche so um die, ich würde jetzt sagen 35. Obwohl, wenn jetzt gleich eine Diazone kommt. Jo, dann ist das eigentlich völlig sinnlos. Aber ich will halt auch nicht sterben. Weil ich sehe schon, komm, ist da irgendwas, wo freaking Monster spawnen. Aber wir gehen das Risiko erstmal ein. Das Eisen brauchen wir so oder so. Das schmeiße ich jetzt nochmal alles hier rein. Dann sollten wir auch genügend haben. Ich gehe jetzt einfach mal weiter runter. Das ist eigentlich ganz geil, wenn wir zum Teil uns hier an der Seite bewegen. Dann können wir auch immer so ein bisschen gucken, was als nächstes kommt. Okay, warte mal. Ich brauche auf jeden Fall hier einmal das Eisen. Achso, hier kommt glücklicherweise nochmal Holz. Ich wollte nämlich gerade sagen, uns geht das Holz aus. Aber überhaupt kein Problem. Hier kommt jetzt so einiges. Gefühlt auch jede Holzart, die es gibt. Ich will nochmal ein paar Sticks für eine Schaufel und eine Spitzhacke. Weil dann haben wir zumindest schon mal alles in Eisen. Ja, okay. Okay, wir haben hier eine Schicht TNT. Ich habe eigentlich mega Bock, die komplette Schicht einfach anzuzünden. Lass uns das machen. Wir haben noch Kies. Wir haben alles dafür. Okay, dafür brauche ich aber, glaube ich, zumindest die Rüstung. Ich habe keinen Bock, da komplett drauf zu gehen. So, und dann zünde ich das einfach an. Und dann ist GG. Dann haben wir die Schicht komplett uns weggesnackt. So, ich bräuchte aber zumindest eine Brustplatte. Das wäre schon geil. Danke. So, und auch irgendwie... Ich warte nochmal kurz ab. Oder soll ich jetzt schon mal zünden? Ich muss ja... Aber ich muss schon echt schnell sein. Wo... Wo... Woher kommt hier das Wasser? Warum kommt das Wasser von der Seite? Das wird mich total verlangsamen. Ich brauche einen anderen Weg. Das Wasser hier nervt unfassbar. Dann gehen wir hier rein. Gehen wir einen Ticken mehr in die Mitte. Weil... Ich hoffe einfach mal, dass die Sprengkraft jetzt ja nicht so krass ist. Dass ich hier das überhaupt nicht überleben kann. Okay. Es ist unter uns. Da ist das TNT. Und... Zündung. Okay, lauf, Palenu. Lauf, 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 lauf. Nein! Nein! Oh Gott. Ich habe mehr Glück als alles andere. Okay, ich habe... Nein! Ich habe die ganzen Dias zerstört. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich brauche jetzt was zu essen. Gib mal bitte was. Ich schnappe mir jetzt erstmal die ganzen Dias hier. Okay. Also mein Plan hat nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich vorhatte. So viel kann ich euch zumindest verraten. Aber das ist ja... So läuft es ja manchmal im Leben. Äh, ja, so. Sehr gut. Sind ja auch noch genügend Dias da. Aber es sieht wirklich so aus, als hätten wir hier diese Captive-Mauer zum Teil einfach weggeballert. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt ohne die Rüstung draufgegangen wären. Okay, wir haben 18 Dias. Das ist gar nicht so schlecht. Und damit kann man an sich auch schon arbeiten. Dann machen wir uns auf jeden Fall nochmal eine Werkbank. Also, ich mache mir einmal eine Diahose. Dann hätte ich auch auf jeden Fall ganz gerne einfach eine Diamantspitzhacke. Weil es könnte der Zeitpunkt kommen, wo dann Bedrock auf uns wartet. Dann mache ich nochmal einen Helm und Eisenschuhe. Dann haben wir zumindest eine einigermaßen gute Mischung. Ja, dann lass uns mal runter. Gucken wir, was jetzt hier noch so kommt. Ah, vielleicht sollten wir wieder uns an der Seite bewegen. Ist vielleicht nicht verkehrt. Wir haben auch noch drei Dias. Also, ich könnte mir vielleicht sogar noch ein Schwert machen. Oh, nochmal Dias. Okay, let's go. Der Dia ist zwar gerade weggefallen, aber das ist eh egal. Weil wir können uns hier alles lockerflockig holen. Ja, und das ist das, was ich meinte. Hier ist das Obsidian. Oh nein. Ich habe auf jeden Fall Mobs gehört. War das ein Blaze, oder? Ja, das hört sich schon definitiv danach an. So, weil ich mache mir jetzt doch eine Dia-Brus. Das macht nur Sinn. Dann sind wir full Dia. Wenn wir gleich gegen die kämpfen müssen. Ja, man hört auch schon diese Kugelgeräusche. So, dann mache ich mir auch nochmal ein Dia-Schwert. Ich grab mich jetzt hier einfach mal durch. Hier kommt bestimmt gleich so ein Gebiet. Oder das ist vielleicht ein bisschen mittiger. Das kann natürlich auch sein. Nee, nee, nee. Sie sind da unten. Soll ich einfach rein? Es wird zu... Egal. Einfach rein. Ich baue ab. Komm schon. Jawohl. Okay, hier ist ein bisschen Party. Die sollte ich aber alle fällig machen. Oh, da ist noch ein bisschen mehr Party, als ich dachte. Moin, Jungs. Du bist einfach dahinter. Oh, hier ist Wasser. Ja, Brudi, du spielst aber ein bisschen unfair. Als ob. Du kannst dich auch treffen. Ja, toll. Ich treffe dich da hinten nicht. Dann bin ich weg, Brudi. Au. Okay, wir haben aber, glaube ich, schon ein paar ganz gute Layer hier jetzt weggemacht. Ich muss das hier auch, apropos, wegmachen. Die ganze Lava-Wagen. Du gehst mir auf den Keks. Dich lade ich sicherlich nicht zu meinem Geburtstag ein. So, ich bin jetzt weg hier. Ich habe ein bisschen Angst. Kommt hier auch vielleicht so ein Warden oder so? Hoffentlich nicht. Ah, guck, das war eine Falle. Als ob. Ich brauche jetzt das Wasser, Axel Lodl. Du machst das. Ja, guck mal, er hat es sogar geschafft. Und hier graben wir uns nochmal runter. Ja. Axel, das Axel Lodl. Kommt da jetzt nochmal Lava? Oh, ja, so ein bisschen. Ja, warte. Hier kann ich doch jetzt einfach runter. Komm mit. Warte mal. Ich packe dich wieder in den Eimer. Wupp. Perfekt. Dann können wir hier weiter runter. Als ob das sind ganze Goldblöcke. Ja, nett. Aber ich habe dafür jetzt, glaube ich, nicht so große Verwendung. Hier ist einfach buntes Glas. Wir können mal ganz nach außen gehen. Ja, da ganz oben waren wir mal. Alter, das ist ja noch richtig viel. Das könnten wir anzünden. Dann wird doch hier einfach alles verbrennen. Ja, das mache ich. Ich muss mich nur selbst kurz sichern. So, dann lege ich da vorne nochmal ein Feuer. Zack. Aber das brennt nicht so schnell ab, wie ich immer dachte. Vielleicht bin ich sogar mit dem Graben schneller. Muss ich, weil sonst verbrenne ich selber. Naja, gucken wir mal, wer einfach schneller unten ist. Das Feuer oder ich? Weil das hier ist jetzt Sand. Dann mal ab zur Schauvel. Ah, guck mal hier. Die Seite ist sowieso am besten. Das ist eine ziemliche Todesfalle. Weil der Sand dich jedes Mal sonst töten würde. Oh ja. Oh, da sehe ich doch auch eine Diamantschicht. Ah, es geht doch unfassbar. Was soll denn da noch alles sein? Das Ding ist, so viel brauchen wir auch. Brauchen wir noch Dias? Ah, guck mal. Nochmal Goldblöcke. Oh ja. Dann kommen auf jeden Fall jetzt gleich die Diablöcke. Nochmal ein bisschen Lapis. Und da sind die Diablöcke. Oh, das ist doch nochmal was viel Feineres hier. Das ist doch ein Netherite. Ja, dann nehme ich mir doch mal so ein klein mit. Halten aber schon gut was aus. Ja, warte mal. Ich sollte auch zumindest einfach einmal auch Diamandos mitnehmen. Also den Diablock. Ja. Einfach nur, weil wir es können. Oh. Notenblock. Chillig. Oh, eine Melone. Zack, Alter. Oh ja, jetzt bei den Temperaturen leckere Melone. Ein Pumpkin. Oh, jetzt könnte es, glaube ich, bald ein bisschen gefährlich werden. Oh, da ist wieder TNT. Ja, ich werde jetzt die komplette TNT-Schicht einfach wegsprengen. Lauf, 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 lauf. Diesmal muss es besser klappen. Hier, da bin ich safe. Hä? Eine Expl... Okay, lauf, 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 lauf. Warum gibt es immer nur eine Explosion? Es müsste doch viel mehr Explosionen geben. Das ist doch überall TNT. Kann mir das jemand verraten? Ich meine, ich kann es ja so machen. Warte mal. Ich grab mich ein bisschen runter. So, dass ich da auch ein bisschen Schutz habe. Und... Runter, 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 runter. Weiter, runter, weiter, runter, weiter. Okay. Äh. Da ist jetzt nicht viel passiert. Ich höre hier schon wieder Wasser. Was sind das alles für Blöcke, Leute? Oh, nein. Ah, diese kleinen, ekligen Viecher. Lasst mich in Ruhe. Das end? Als ob. Ja, aber... Leute, woher soll ich denn die Ender augen? Hä? Woher soll ich sie denn nehmen? Die kann ich mir doch nicht aus den Rippen schneiden. Da ist dann Bedrock. Ja, da komme ich nicht durch. Hä? In den Schalker Kisten ist ja auch nichts. Das ist einfach das Ende. Ja, weiter geht es halt auch einfach nicht runter. Allerdings, falls ihr wisst, wie hätte ich denn... Also, wie komme ich jetzt an Enderpearls? Damit ich Enderaugen bekomme, um dann das Portal zu aktivieren. Aber gut, Leute. Das war es mit einer kleinen Runde von Minecraft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vielen Dank fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.